Social Media Recruiting funktioniert nicht, explizit für die Speditions- und Logistikbranche. Viel Spaß bei diesem Video. Mein Name ist Maximilian Neute, Gründer und Geschäftsführer der Sanol Media GmbH und wir helfen hier am Standort in Detmold jeden Tag dabei in ganz Deutschland verteilt, Speditionen, Transportunternehmen und Logistikunternehmen qualifizierte Mitarbeiter über diverse Plattformen zu generieren, zu gewinnen. Heute sprechen wir aber mal über das Thema, warum Social Media Recruiting im Einzelfall nicht funktioniert. Ich müsste vielleicht noch eine Klammer setzen, langfristig nicht funktioniert. Das ist ein sehr wichtiges Video, weil heutzutage kommt man um dieses Thema eigentlich kaum noch drum herum. Überall hagelt es Anzeigen, wenn man im Prinzip sein Smartphone aufmacht, dann sieht man wahrscheinlich in der Region schon die nächsten zwei, drei Unternehmen, die genau dieses Thema Social Media Recruiting forcieren. Da ist im Grunde auch gar nichts gegen auszusetzen, aber wenn wir das jetzt mal durchspielen und im Prinzip auf die Logistik- und Speditionsbranche übertragen, dann ist es tatsächlich so, gerade für die Profile Kraftfahrer, Disponenten, Fuhrparkleiter oder Kommissionierer, diese Angebote werden immer mehr. Das bedeutet, Sie müssen sich das vorstellen, es ist etwas von der Stange. Sie als Unternehmer oder Personalentscheider kaufen bei einer Agentur, bei einer Jobplattform und bekommen im Prinzip eine Dienstleistung von der Stange. Das bedeutet, in Ihrer Region sind Sie komplett austauschbar, weil es tatsächlich sogar so ist, dass Ihr Mitbewerber oder Ihr Unternehmerkollege 20, 30 Kilometer in der Region oder etwas weiter weg genau die gleichen Anzeigen schaltet. Und das Problem an der Geschichte ist eigentlich, dass wenn wir jetzt einen richtig guten Mitarbeiter anziehen wollen, also dass wir sagen, okay, der könnte sich eigentlich bei uns bewerben, den suchen wir, dass der genau die gleichen Anzeigen sieht, die er auch von Ihnen zu Gesicht bekommt. Und dann haben wir das Problem, dass er sich kaum noch darunter wirklich ein Bild machen kann, warum er jetzt zu Ihnen kommen soll oder vielleicht zu Ihrem Kollegen oder vielleicht auch zu Ihrem Konkurrenten. Also die Aussage ist dahinter, wenn wir unser Smartphone aufklappen, jetzt als Zielgruppe Kraftfahrer, dann haben wir extrem viele Angebote, extrem viele Anzeigen, die grundsätzlich komplett identisch aufgebaut sind. Die sehen einfach gleich aus. Das Einzige ist vielleicht, dass das Bild noch ein anderes ist und dass der Firmenname sich unterscheidet. Und das ist im Prinzip das Problem, warum ich sage, Social Media Recruiting funktioniert nicht beziehungsweise funktioniert langfristig nicht. Sie werden Bewerbungen erhalten, auch wenn Sie das noch in dem Jahr 2024 machen. Aber diese Bewerbungen haben einfach keinen Wert für Sie als Personalentscheider oder als Unternehmer. Denn Sie fragen eigentlich nur nach mehr Lohn, nach mehr Gehalt, nach sonstigen Zusatzleistungen oder testen Ihren Marktwert, weil es einfach grundsätzlich überflutet ist und jede Anzeige, jedes Unternehmen komplett austauschbar ist. Sie bauen keine Arbeitgebermarke auf, sondern Sie nerven sogar langfristig Ihre Region mit den immer wiederkehrenden Anzeigen. Deswegen sage ich, Social Recruiting ist für einen kurzen Moment, ich sage mal für ein Symptom, was man bekämpfen möchte, Bewerbermangel, grundsätzliches Bewerbermangel gut geeignet, aber nicht, um langfristig wirklich sein Personalproblem in den Griff zu bekommen. Das ist ein ganz kleiner Bestandteil, aber diese ganze Prozesskette darf man einfach nicht außer Acht lassen, dass ein Arbeitgebermarkenaufbau stattfinden muss, der auf verschiedenen Kanälen aufgebaut werden muss, dass eine Karriereseite vernünftig aufgebaut werden muss, das Foto- und Videomaterial erstellt werden muss. Und dann, wenn das alles erstellt ist und natürlich noch so ein paar Punkte mehr, dann können wir wirklich sagen, wir können das Personalproblem bei Ihnen in den Griff bekommen. Wenn Sie das Thema Personalproblem wirklich langfristig in den Griff bekommen wollen und vor allem auch professionell und nicht von der Stange, dann gehen Sie auf www.sanol-media.de, buchen Sie sich ein kostenloses Erstgespräch. Wir kommen in Kontakt und ich zeige Ihnen ganz genau auf, wie der rote Faden bei Ihnen im Unternehmen umgesetzt werden soll. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.